Hi, mein Name ist Janis Stielow, ich bin 20 Jahre alt und spiele Shooting Guard bei den Hamburg Towers. Die Uni, weil ich studiere, aber Arena am Wochenende. Run and Gun, kann man immer schön auf den Korb werfen, ist zwar anstrengend, aber macht auch mehr Spaß. Dreier, weil ich einfach Dreier besser werfen kann. Ich schaue nichts von beiden. Ich schaue nichts von beiden. Ich schaue nichts von beiden. Ich schaue nichts von beiden.